Jo Leute und damit willkommen zurück zu Donkey Kong Country! Flasch! Ich hab nur drauf gewartet, Herr Black. Mwahahahaha! Mwaaang! Mwaaang! Ah guck mal, das hat er schon mal gespeichert, also sind wir doch gut zum... Hallo! Das ist jetzt leck, da kann ich jetzt nichts für. Also ist alles fertig oben. Hey, bei mir leckt das grad nicht. Den kannst du nicht wehtun. Ich weiß, ich wollte eigentlich auch über den rüberspringen, aber... Mhm. Wollt nicht so. Ja, zündig, ich mach dir auch keine Vorwürfe, dass du's nicht geschafft hast. Halt die F... Bläh! 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 Oh, man hat auch gespeichert. Tiptop anscheinend. Naaain! Ich wurde dafür bekloppt erklärt. Heute wieder. Naaain! Ok, du bist behindert. Naaain! Stop. Halt die Fresse, Benni! Halt die Fresse, Benni! Hahahaha! Was hat er gesagt? Gott, wer bist denn du und... Was... Was, wer bist du denn, Alter? Irgendwas hat er aber auch noch vorgesagt gehabt. Das hab ich nicht gehört gehabt. Und dass du behindert wirst. Ja, kann denn das kann sein, ja. Was er das gesagt hat. Hat er auch recht. Na, musst du grad sagen. Hä? Wenn er für behindert erklärt wurde? Ja, das ist aber normal. Ja! Naaain! Ich mag das. Ich glaube einmal fangen, oder? Hatt ich jetzt schon zwei Fische? Hala, Hala! Das nehmen wir jetzt gleich. Oder ich schaff gar keinen Fisch zu kriegen. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba! Einfach nur, weil ich's kann. Naja. War ja klar. Irgendwie grad. Ich wollte auch nur daumen hoch machen. Naja. Was ist halt nochmal spielen. Hätt ich jetzt hoch gesagt. eine kleine das kleine krokodil nicht runter rutschen wieso schnapp ihn das kleine krokodil leck mich sehr viel gebracht und vor allem bin ich jetzt wieder abgestört weil es deine schuld ja witzig ich will das level spielen ja witzig nein das ist voll witzig sendos tröste dich ich habe so oft schon leben verloren mich so oft geärgert ne du hast dich so oft drüber kaputt gedacht sag ich das auch mal ja ich hab's für den Fettsack geschafft aber das nicht oh den soll ich mitnehmen sind ich sehe gar nicht mehr uns im test aber du bist noch da sind centos gut ich muss ja nicht zusammen reden was weiß ich nicht schбо 맛있어요 grüß mal bannedny von mir nö du hast schon weg ok verdrück 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 verdrze u behavi Nein! Nö. Fick dich. Nein! Das ist ein Schaden, oder? Ja! War mir klar. Ja. Blop, 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 blop. Blop, blop, blop. Blop, blop. Wissen Sie, ich hab's doch gleich gedacht, Franz. Ich kann noch sechs machen. Fick dich, Fleisch. Ah, das hier. Da ist es. Ich kann noch vier machen. Blop. 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 Blop, blop, blop. Blip, blop, blop. Was ist eigentlich? Weiß ich nicht. Ich will noch drunter Punkte sammeln. Ich sollte mal langsam nach unten gehen. ja ha 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 naja fünf leben richtig viel zu viele leben was denn? die sollen doch für das nächste land reichen doch nö du bist einfach reines rumgeschietet von dir warum? warum? ist er voll lustig nein nicht? ok find's lustig halt nur weil du rechtes Leben hast musst du nicht rummeckern weil jetzt kommt schnappi das kleine krokodil wow du hättest voll reinrutschen müssen ui ich sag doch das fuck fuck ja ich würde sagen ne ja für das level ich finde das ganz okay würde ich mal so sagen ja aber ich schaff das schon könnte auch sein du musst ja so vorstellen ne ich kann nix dafür dass du so anfangen schon so schlecht warst halt die fresse ach ne ach ne ich kann mit funky thank you ein ja waa waa ich hab nen spiecher punkt ach ne warte mal spiecher? ja hast du komm schon nein komm nicht kripsklau geben wir an zack guck mal das ist ein z zack findest du? jao naja naja ich schaff's über euer komakeller achja stand er da euer das licht an und licht ausspielchen fett die fettsack fett die fettsack hab ich gereiht also so ruhig hm neuner hm scheiße da hins ne da kam das spring haha spring 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 oh halt einfach mal der muul und jetzt rein rennen hehehe da kommt neuner hehehe hehehe und jetzt vorbeispringen und zehn oder einfach mal der muul halten sagt doch gar nichts und jetzt vorbeispringen und jetzt runter fallen ja wer wieder wieder gemein ja hehehe hihihi jetzt fängt wieder an zu lenken pfff хuha was machst du da waur das du die banane mal vorbeispringen ozentos kommen ernsthaft dass ich mir noch mehr leben holen ok doch gar nichts gesagt einfach mal ein muhl halten habe nichts gesagt koma keller schon für kacke ich hab schon gesagt ich hab steh runter wenn du mein das finde ich auch rechte ausgleichung schnee fast gletscher sogar ist der koma keller und runter die fett fett kann man eigentlich so nerven keine ahnung möchte ich ablenken vielleicht aber wobei ich bin kommen aber jetzt rein springen und abstürzen kommt vorbei schade jetzt aber und tschüss da ist das sein da weiß ich nicht das gewesen da waren bananen noch ja ja und tschüss wirklich eine einzelne banane und tschüss schade wer schafft das nicht ernsthaft jetzt ne und tschüss heftig was denn kannst du dich einfach ich bin mich so am konzentrieren und dann ist so nerviger ich mach das level irgendwann alleine nein machst du nicht ich mach das ohne dich auf machst du nicht das ist das level ist allein schon nervig wegen dem flackern und dann kommt noch dann näherst du mich noch also fährst du einfach instant runter wieder die hättest du gebraucht ja ich weiß hab ich auch gemerkt grad das ist nicht lustig dieses level das ist ja schon nerviger als dieses blitz level da wo der wo der der papagei ist papagei wow das war knapp aber das leckt gerade am sonntag wieder ja aber dir leckt es du leckst auch du bist scheiße du auch möglicherweise ja und tschüss 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 auch kommt zendus ganz ehrlich das macht keinen spaß mehr habe ich doch gerade gar nichts mehr gesagt das ist vorher schon nicht immer lustig in dem moment wo du gesprungen hast habe ich schon nichts mehr gesagt kannst du dir einfach mal für dieses level einfach mal die klappe halten das macht mich voll agro dieses level heul doch ich heul gleich wirklich das level macht dein agro heul doch du fliegst jetzt extra runter fuck bitteschön solange du mich immer ärgerst dann fliegst du jedes mal an dieser stelle runter ne ne immer und immer wieder ne ne doch nein doch glaub mir mal nein ich glaub dir gar nichts so Affe ok ah ah ich will nichts glauben dir? ich weiß dir selber nichts glauben machst du auch immer lieb kündig Mund Pures Kino grad Pures Kino frisst sich gleich noch irgendwann Was kam hier noch? Scheiße, wann kommt denn der? Wann kommt denn der Kack-Wichser mit seinen Scheiß-Tonnen? Jetzt! Jetzt kommen die anderen Kogos Das wär was gewesen, wenn da jetzt noch was gewesen wär Vorsicht Der Penis hat's geschafft Voll Oh mein Gott ey Hey, guck was Dumpfbacke, Alter Ja, nicht spielen Na gut Wieso? Dann stürzt halt jetzt ab Wenn ich das möchte Wieso? Die Uhrzeit In 13 Minuten sind's grad Die letzten vier Parts Die waren alle um diese Uhrzeit Weiß Mal so, mal so, weißt du doch Bist du bis so mal so Fuck 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 Und damit würde ich sagen Bis zum nächsten Mal bei Donkey Kong Country Ciao, ciao Tschüss 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 Tschüss